Hallo zusammen, Deitzesau ist nicht nur bekannt für seine schönen Weinberge und die schöne Natur, sondern auch für sein Schachopen und ich bin dabei. Viel Spaß! Hallo nochmal, da bin ich wieder zu Hause. Ich wollte euch heute berichten vom dritten Tag des Deitzesau Schachopen. Warum ich da mitspiele, wieso, weshalb, könnt ihr euch im Video zum ersten Tag nochmal anschauen. Da habe ich auch ein paar Fotos gezeigt, da habe ich ein bisschen mehr erklärt. Grundsätzlich geht es mir darum, ich möchte ja Schach, und das ist erst etwas, was ich in den letzten Jahren getan habe, auch als Sport betreiben, als Wettkampf betreiben. Und um da besser zu werden, muss man eben auch Wettkämpfe spielen. Und diese ernsthaften Langpartien helfen einem am meisten, Erfahrung zu sammeln, aber auch um sein Spielverständnis, sein Schach zu verbessern. Denn diese Partien unter Druck gespielt sind viel intensiver als das, was man so online spielt. Und durch die Analyse kann man ganz viel lernen. Am besten noch Analyse mit anderen Schachspielern zusammen. Wenn man im Verein ist, ist es einfach, kann man beim Spielabend mit den anderen zusammen analysieren. Wenn ihr jetzt nicht im Verein seid, wir haben ein Liches-Team. Der Link ist unten, da könnt ihr mal draufklicken. Da kann man sich auch verabreden im Forum. Wir haben auch einen Discord-Kanal, das ist auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich einen Textkanal und auch einen Sprachkanal. Da könnt ihr euch auch treffen, austauschen und zusammen Partien analysieren. Man kann sich ja Studien anlegen, die man synchronisiert, denn sind beide das Gleiche auf Liches. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut in meine Playlist über Liches. Da erkläre ich solche Sachen und stöbert unten in der Videobeschreibung. Bevor wir hier anfangen, möchte ich noch den Nils grüßen, denn er unterstützt unseren Kanal finanziell. Auf meiner Patreon-Seite, Nils, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch mal auf die Patreon-Seite schauen wollt, Link ist auch unten. So, das haben wir jetzt alles fertig. Heute stand an Runde 5 und Runde 6. Der erste Tag war ja super, zwei Spiele, zwei Siege. Der zweite war ein bisschen ernüchternd. Erste Partie noch gut gerettet in ein Remis. Zweite Partie von einem jungen türkischen Schachtalent an die Wand geklatscht. Was brachte der dritte Tag? Also, ich habe mir klar vorgenommen, dass ich etwas ändern wollte heute. Denn ich hatte am zweiten Tag körperlich Probleme. Vor allen Dingen abends. Mir war zu warm geworden. Auch andere haben gesagt, dass es in der Halle recht warm war. Es kam darauf an, wo man saß. In der ersten Runde saß ich weit vorne am Eingang. Da kam richtig Luft reingezogen. Zweites Spiel, vor allen Dingen nachmittags, wird es ein bisschen stickig. Und da saß ich dann auch wieder mehr in der Menge. Auf der anderen Seite. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie es warm wird. Und diesmal habe ich wirklich penibel darauf geachtet, langsamer zu spielen, konzentrierter zu spielen. Ich habe auch wirklich gesagt, so jetzt alle 10 Züge trinke ich was. Alle 20 Züge esse ich Müsli-Riegel. Stehe auch mal auf. Ich bin auch mal auf die andere Seite gegangen. Habe das Brett mal von der anderen Seite angeschaut. Meinem Gegner sozusagen über die Schulter. Bin mal kurz rausgegangen. Wenn man viel trinken muss, muss man natürlich auch mal aufs Klo. Also das habe ich ganz bewusst heute mal so umgesetzt. Das war das, was ich sozusagen aus dem Tag gestern gelernt habe. Kurz bevor wir anfangen. Ich hatte hier nochmal, ich hatte ja beim ersten Tag erzählt, dass auch Großmeister Artur Yusupov anwesend war. Heute hatte ich ihn nicht gesehen, aber die zwei Tage davor war er da. Und hier sieht man ihn, wie er analysieren ist mit einem Schüler seiner Schachschule. Das war ganz, ganz lustig, da ich ja auch fast die Yusupov-Rubinstein-Variante auf dem Brett hatte. Der saß da vor der Halle, hier saß noch ein anderer und dann haben sie zusammen Partien analysiert in der Pause. Und hier sieht man auch nochmal ein Bild von der Halle. Das ist von der Bühne aus. Die ersten Bretter hier sind auch noch Live-Bretter. Also wenn ihr auf die Seite geht hier zum Turnier, ja, auch unten in der Videobeschreibung der Link, dann werden diese Partien vorne auch live übertragen. Im Internet könnt ihr euch anschauen. Die Ergebnisse findet ihr hier auch. Aber ich hatte ja auch schon ein paar Fotos gezeigt. Jetzt wollen wir uns die Partien anschauen. Das war die Runde 5. Da habe ich gespielt gegen den Frank. Frank hat Elo 1600 ein bisschen. Dvz allerdings 14,94. Also wird er so ungefähr, sagen wir mal, 1500er ist er. Und das Lustige ist, mein Vereinskollege, der Johannes, hat schon gegen ihn gespielt. Er hat ein Remis gespielt. Und Johannes hatte sich richtig auf ihn vorbereitet und hat mich am Abend vorher geprieft und hat gesagt, der heißt so und so auf Liches und spielt die moderne Verteidigung. Moderne Verteidigung ist D4 und G6. Das ist die moderne Verteidigung. Man möchte schnell, also sagen wir mal London, schnell den Läufer fielen ketieren. Und das wäre jetzt zum Beispiel London das System gegen die moderne Verteidigung. Man lässt den hinten. Man könnte ihn vielleicht auch mal hierhin spielen oder dorthin spielen. Das heißt, man wählt sich das vor. Es soll erstmal der Läufer hier Druck machen und dann greift man das Zentrum an. Das ist die moderne Verteidigung interessant zu spielen. Und das spielt er. Ich habe aber auch gesehen, dass er skandinavisch spielt. Und zwar die Hauptvariante. Das spielt er auch. Und nun gut, jetzt bin ich ja eher 1700er und er ist 1500er. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig auf ihn vorbereiten und einstellen. Aber wenn man schon einen Vereinskollegen hat, der einem hier vorwarnt, dann ist es ja zumindest mal eine interessante Information zu wissen, okay, er spielt die moderne Verteidigung. Und das Lustige ist, hinterher hat der Frank mir erzählt, dass er sich auf mich vorbereitet hat und hat gesehen, dass ich ein London-Spieler bin. Und da habe ich ihm gesagt, er muss mal hier ein bisschen meine Videos gucken, dann wüsste er, dass ich schon länger nicht mehr London spiele. Also so viel zum Thema Öffnungsvorbereitung. Aber das könnte man durchaus gut spielen hier. Also das ist gut spielbar London. Ich würde aktuell wahrscheinlich hier eher Läufer G5 spielen. Das ist so ein toller Angriff. Der Tauchangriff ist eigentlich, wenn der Springer schon hier steht, aber irgendwann muss der Springer sich ja mal bewegen. Und ich würde jetzt hier gerne E4 direkt spielen. Kann es aber nicht, weil er es kontrolliert. Müsste es jetzt mit Springer D2 vorbereiten, dass ich E4 spielen kann. Aber wenn ich jetzt den Springer hier hinspielt, könnte er D5 spielen. Und dann verhindert er wieder, dass ich E4 spiele. Also dieser Ansatz mit dem Tore-System gegen Moderne. Ich komme eben dann oft nicht dazu, E4 zu spielen. Und da kam ich auf eine Idee. Erstmal spiele ich sehr gerne Skandinavisch. Also wenn er hier in Skandinavisch geht, hat es ja einen Vorteil, dass ich mit Schwarz gerne Skandinavisch spiele. Denn ich weiß, was mich nervt oder was für mich als Skandinavisch-Spieler gefährlich ist. Genauso gut. Ich kann also nicht nur sagen, was man mit Schwarz spielt. Ich weiß auch, was man gegen Skandinavisch gut spielen kann und was gefährlich ist. Und das wäre natürlich interessant, denn Skandinavisch gegen den Frank zu spielen. Denn wenn er hier jetzt rauskommt, das sind ganz normale Entwicklungszüge, dann gibt es hier eben so ein bisschen den Hauptzug Springer E5. Und das ist sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Machen wir mal einen unbedachten Zug. Warum ist das so gefährlich? Die Gefahr ist die Dame. Man muss eben in Skandinavisch immer auf die Dame aufpassen. Wo geht jetzt die Dame hin? Wenn sie hier hoch geht, dann ist das ein Abzugsangriff. Und man verliert die Dame. Und wenn die Dame stattdessen versucht, sich hier unten zu parken, dann findet sie jetzt auch keine Felder mehr, wo sie hin kann. Also es hat Vorteile. Ich würde euch auch mal empfehlen, wenn ihr irgendwo einen Experten kennt, der immer London spielt oder sonst was, spielt einfach mal London gegen ihn. Und dann könnt ihr sehen, was er für die beste Antwort hält. Ich habe aber auch ein Video gemacht zum Anti-London. Ich fand es aber witzig, dass er jetzt wirklich gedacht hat, ich spiele London. Ich habe also tatsächlich hier jetzt in der Partie E4 gespielt. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder E4 spiele. Ich habe früher jahrzehntelang E4 gespielt. Also ich bin ein italienischer Spieler. Und habe spiele nur deshalb, seitdem ich jetzt sozusagen im Verein auch Schach spiele, D4-Eröffnung, um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte neue Stellungen spielen, um mich weiterzuentwickeln. Ich werde aber sicherlich irgendwann auch mal wieder E4 spielen. Aber aktuell bin ich eben bei D4 und mehr so strategischen Positionen. Hier habe ich jetzt E4 gespielt. Ganz einfach mit der Idee, vielleicht kommt er ja in Skandinavisch. Und dann teste ich mal, wie gut er sich da wirklich auskennt. Oder ob er sich lieber meine Skandinavisch-Playlist nochmal anschauen sollte. Er hat hier aber tatsächlich dann auch die moderne Verteidigung gewählt, G6. Aber jetzt komme ich in das, was ich eigentlich im Torreangriff wollte. Ich habe jetzt tatsächlich dieses Zentrum gebildet. Und ich mache ihn schlecht, indem ich hier eine Bauernphalanx aufbaue und ihm entgegenwirke. Ich bin also ohne Springer D2 zu spielen, zu einem Vollzentrum gekommen. Und dazu gekommen, ihn schlecht zu machen. Nur so ein bisschen Durchzugumstellung. Hätte ich D4 gespielt, hätte ich mir die Chance genommen, oder hätte ich ihm die Chance genommen, Skandinavisch zu spielen. Und so habe ich quasi das erhalten, was ich wollte. Ist keine große Öffnungsvorbereitung. Ist einfach mal so ein bisschen nachgedacht. Falsche Richtung geklickt. Also, hier kann man natürlich auch direkt D4 spielen. Aber direkt D4 provoziert eben sowas wie C5. Und deshalb bereite ich es erstmal vor. Und baue es jetzt auf. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wohin entwickelt man die Figuren. Den Läufer möchte man rausbringen, Rohade machen. Ich bin nach C4 gegangen. Das hat auch einen Sinn. Wenn er jetzt zum Beispiel hier irgendwie unseren Läufer angreifen möchte, dann wäre das schon ein großer Patzer. Wieso? Macht ruhig mal Pause, überlegt euch. Wenn ihr nicht drauf gekommen seid, überlegt nochmal und denkt über Kandidatenzüge nach. Das sind Schlagzüge und Schachs. Und ein Zug ist hier sehr stark. Das Läuferopfer. Denn der Springer kommt hinterher und wenn der König irgendwie rausrennt, dann ist es sogar ein Matt. Aber das kannte er und spielt E6, um genau das zu verhindern. Und jetzt mache ich die Rohade. Er entwickelt. Und hier hatte ich schon die Idee, E5 zu spielen. Es ist immer, diese Bauernvorstöße sind immer am effektivsten, wenn man auch gleichzeitig eine Figur angreift. Weil dann ist er im Grunde gezwungen zu schlagen. Dann kann er nicht die Stellung zuschieben oder so, weil man greift ja was an. Also wenn ich jetzt hier vorgehe, kann er nicht auch einfach vorbeigehen, weil ich schlage dann den und schlage den nächsten auch noch. Also wenn ihr einen Bauernvorstoß habt, schaut immer, gibt es Bauernvorstöße auch mit einer Bauerngabel auf eine Figur. Und die schaut ihr euch immer genau an, weil das sind die effektivsten. Ich habe aber erst mal den gefesselt, weil ich bin ja immer noch so ein bisschen im verbesserten Torreangriff, auch wenn man ihn hier jetzt gar nicht mehr so nennen würde. Er greift den an und jetzt tausche ich den. Und da hat der Frank den aufgestüttelt. Das hat er sich überrascht. Also es war ein bisschen witzig, weil er hat tatsächlich auch beim Spielen so ein bisschen was erzählt oder so. Und also emotionaler, netter Typ. Und er hat sich überrascht. Da gibt er einfach so ein Läuferpaar weg. Also das hat ihn widerstrebt. Was macht denn da da? Ja, was mache ich denn da? Er schlägt zurück. Was ist denn der Sinn? Ich habe den schwarzfeldrigen Läufer weggegeben. Warum? Weil ich meine Bauernstruktur auf die schwarzen Felder aufbaue. Und da ist der weißfeldrige Läufer mein guter. Und der schwarzfeldrigen, der ist durch die eigene Bauern blockiert. Deshalb habe ich den weggetauscht. Und komme jetzt mit dem Bauernvorstoß im Zentrum. Er schlägt. Und jetzt platziere ich hier einen Springer. Und jetzt habe ich natürlich schon hier einiges an Druck. Überall hin. Und da funktionieren manchmal auch schon so Opfer und so. Da denkt man immer nach, kann ich hier vielleicht schon eine Figur opfern? Noch sind es zu wenig. Also mit den zwei Figuren klappt das noch nicht so. Aber solche Ideen hat man hier schon immer. Man hat auch so eine Idee, den Springer nochmal richtig zu befestigen mit F4. Er macht auch die Rohchade. Ich entwickle. Und er macht einen Zug. Und dann sollte man immer erstmal schauen, was soll der Zug? Was ist seine Idee? Was macht er, wenn er nochmal ziehen könnte? Und hier will er meinen Läufer angreifen. Und da habe ich mir gedacht, Na gut, dann stelle ich die Dame nach F6. Jetzt bin ich schon mal hier so ein bisschen Richtung König. Und er kann jetzt nicht B5 spielen. Weil ich sonst den Turm schlage. Und was ich hier übersehen habe, hier gibt es einen starken Zug für Schwarz. Das ist C5. Weil jetzt hier hinter mein Springer ungedeckt ist. Und solche Taktiken findet man dadurch, dass man erstmal Kandidatenzüge schaut, Schlagzüge, Schachs, damit man eben keine groben Matts und sonst Mattsangriffe verpasst oder Matts übersieht. Und als nächstes fängt man an, man schaut sich ungedeckte Figuren an und nur einmal gedeckte Figuren. Und da würde man auf den Springer kommen. Der Läufer ist auch nur einmal gedeckt. Und nur mit den Überlegungen kommt man plötzlich auf Taktiken und sieht, oh Moment mal, da geht doch was. Also C5 wäre hier ein guter Zug gewesen. Denn wenn ich schlage, verliere ich einfach den Springer. Er geht mit dem Springer ins Zentrum. Ich kümmere mich jetzt um meinen Springer gar nicht, denn wenn er den Läufer wirklich gegen den Springer gibt, dann wäre ich eigentlich ganz froh, weil das ist so sein bester Verteidiger. Also wenn er den selber wegtauscht, dann wäre ich zufrieden. Hier will er jetzt wieder meinen Läufer angreifen, weil hier nichts droht. Also erstmal wieder das verhindern, was er vorhat. Er greift an und hier kann man jetzt wieder so ein bisschen was falsch machen, weil jetzt kann er den Springer nehmen und man hat diese Fesselung. Es gibt hier aber einen ganz tollen Zug, der einen noch rettet. Ich habe das gesehen hier, deshalb habe ich den Läufer nicht nach B3 gespielt. Ich habe aber nicht gesehen, dass es hier noch so eine Rettungsaktion für Weiß gibt und die ist den anderen angreifen, den Springer angreifen. Und jetzt sind zwei schwarze Figuren angegriffen und man gewinnt eine zurück. Klar, hier wird man jetzt immer noch sagen, okay, schwarz ist leicht besser, hat ja auch einen Bauern gewonnen. Aber jetzt, das kann man alles noch spielen als Weißer. Vor allen Dingen auf unserem Niveau. Also gehe ich zurück und jetzt ist der Springer wieder sicher. Also ich möchte schon, dass er gerne schlägt, aber ich möchte dann nichts verlieren dabei. Und jetzt habe ich mal den Turm in die Mitte gebracht. Es ist immer ein bisschen schwierig zu überlegen, welchen Turm. Und dann schaut man, wer tut was. Wer tut was Sinnvolles, wer ist aktiver. Und der Turm tut was Sinnvolles, er deckt noch den Bauern und deswegen habe ich den genommen. Jetzt ist bloß die Frage, wohin. Ich habe überlegt, hier auf die halboffene Linie zu gehen. Aber ich wollte ja eigentlich gerne, dass er hier schlägt. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal einen weiter. Vielleicht schlägt er ja dann hier. Wenn ich die Decke hätte, hätte er ihn erst recht nicht geschlagen. Und jetzt kam Frank mit dem interessanten Zug C5. Bloß, jetzt ist er nicht mehr gut, weil jetzt ist hier alles gedeckt. Und jetzt kann ich einfach schlagen. Er gewinnt eine Figur. Ich gewinne aber auch eine Figur. Und das Problem hier an der Stellung ist, und ich habe ja schon gesagt, er hat dann auch ein bisschen immer geredet und hat mich nicht gestört. Und da hat er gesagt, Mist, jetzt verliere ich auch mein Läuferpaar. Ja, denn hier ist eine Gabel. Und im Vergleich zu meinem Läufer, der eben nicht so gut war, ist das hier sein guter Läufer. Das ist der gute Läufer, den er hat. Im Vergleich zu dem. Und den nehme ich dann auch gleich raus. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, können sich keine schwarzen Figuren wirklich bewegen, außer der Dame. Also ich habe im Grunde drei aktive Figuren und er hat drei passive, inaktive Figuren, die er kaum ins Spiel bringen kann. Also der Turm kann ja nicht hierhin, wird er weggenommen, kann nicht hierhin, wird er weggenommen. Der Läufer kann nicht raus, wird er weggenommen. Der Bauer kann sich auch nicht bewegen, weil dahinter der Turm hängt. Also das ist jetzt quasi nicht auf Taktik gespielt, sondern dies ist eben auf Strategie gespielt. Strategisch positionelle Vorteile. Ich habe die offene Linie mit meinem Turm, erdeckt den Bauern und ich greife die Dame an. Warum? Ich hatte doch die schöne offene Linie. Ich wollte ihn provozieren, dass er irgendwie zurückgeht. Es ist ja eigentlich normal, dass man zurückgeht, wenn die Dame in der Mitte angegriffen wird, dass man sich zurückzieht. Und das war meine Hoffnung, weil was ist jetzt der gute Zug für Weiß? Es geht wieder darum, schaut auf Figuren, die nur einmal gedeckt sind oder gar nicht gedeckt sind. Da ist ein Doppelangriff. Auf den Turm und auf den Bauern. Und eine Dame hier wäre natürlich ganz stark. Aber Frank, Respekt, sieht das und stellt jetzt selber eine Drohung auf. Was ist die Drohung? Ich gehe erstmal auf die offene Linie. Die Drohung ist, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dass er plötzlich aktiv wird. Dass er plötzlich mit seinem Läufer aktiv wird. Und das möchte ich nicht zulassen. Und deswegen habe ich mich hier dazu entschlossen, okay, nehme ich ihm doch noch seine letzte richtig aktive Figur, die Dame. Und diesen Tausch hat er auch angenommen. Und den hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er mir meinen schönen Läufer wegtauscht. Das hat mich geärgert. Den hätte ich gerne behalten. Aber ihn decken bringt auch nichts, weil dann sind die Bauern einfach blockiert und bewegen sich nicht mehr. Ich muss also schlagen und dringe jetzt aber auf die siebte Reihe ein. Und da sind Türme natürlich sehr stark und er hat nichts, was er bei mir wirklich angreifen kann. Und jetzt habe ich auf der Linie verdoppelt. Also die Linie gehört jetzt mir. Es ist allerdings relativ schwer, auf der siebten Reihe hier zu verdoppeln, weil er auch immer den Turm angreifen kann. Aber selbst wenn er das tut oder täte, könnte ich tauschen und den anderen Turm hier auf die siebte Reihe platzieren und dann hat er richtig Probleme und ich kann den König ranführen, kann vielleicht hier Bauern gewinnen. Das sind so die strategischen Ideen, die man dann hat für das Endspiel. Und das ist sehr unangenehm für ihn zu spielen. Das hat man auch gemerkt. Er geht hinter den Bauern, einmal um ihn zu decken, zum anderen aber auch, um mit den Bauern vorzumarschieren, um einfach diese Bauern, die ich hier habe, aufzulösen. Also verhindere ich wieder, was er vorhat. Jetzt greift er den nächsten an, also decke ich den. Und jetzt kam er mit einem Trick und hat dann hinterher auch gleich wieder, weil er ja so ein bisschen was erzählt hat, auch gleich selber erzählt, dass der Trick Quatsch war. Was war der Trick? B5. Was ist die Idee? Ich habe erst mal einen Schreck gekriegt, habe dann aber gesehen, okay, den kann ich einfach nehmen und seine Idee war, jetzt haut er den weg. Aber da hat er eben zu schnell gespielt, auch ein bisschen wenig Zeit schon gehabt vielleicht und das Thema ist, wenn ich den jetzt wegnehme, dann ist das hier Grundreihenbad. Das war seine Idee und dann hat er selber gedacht, geht ja nicht, geht ja noch der Turm dazwischen. Ist schon ungewöhnlich, dass jemand so beim Spiel redet, aber es war manchmal ganz nett. Da kann man sich auch mal ein bisschen unterhalten, wenn man es nicht übertreibt und den anderen nicht stört. Also man sollte jetzt nicht in die andere Zeit des anderen reinquatschen. Ich habe auch mal einen Witz gemacht, aber ich übertreibe es ja noch nicht. Warum ist das kein Matt? Weil man einfach dazwischen setzen kann. Ich habe ihm dann doch gesagt, wenn er das macht, hätte ich einfach Schach gesagt. Denn jetzt gewinne ich den auch. Also das hätte ich gemacht. Er hat es aber hier dennoch gemerkt, dass er Blödsinn getan hat. Aber da war der Fehler schon passiert. Und hier marschiert er jetzt vor. Und hier habe ich überlegt, okay, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe schon zwei Freibauern. Ich möchte davon auch nicht so viel verlieren. Ich muss sie auch noch gewinnen. Hier auf der Seite habe ich eine Bauernminderheit. Ich stehe immer noch hier so ein bisschen im Grundreihen matt. Also die Gefahr ist schon da. Ich habe mir überlegt, den zu schlagen. Jetzt kann er hier reinschlagen. Greift den nächsten an. Aber den Bauern kann ich jetzt indirekt decken. Und blockiere hier alles. Das hatte ich gerechnet. Und habe das für gut befunden, weil ich jetzt hier zwei Freibauern habe. Das ist glaube ich auch die beste. Laut Computer ist das der beste Weg. Ich hatte aber so ein bisschen ungutes Gefühl und habe dann die Methode gewählt, die aus meiner Sicht risikoloser ist. Ich bin mit dem König erstmal rübergegangen, damit es kein Grundreihen matt mehr geben kann. Jetzt schlägt er natürlich. Jetzt schlage ich auch. Er gewinnt den Bauern. Und hier hat er mir Remis angeboten. Entschuldigung, ich habe hier einen Bauern. Ich habe einen Freibauern. Und er bietet mir Remis an. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn Leute eine Remis anbieten, wenn sie jetzt wirklich eigentlich klar schlechter stehen. Ja gut. Ich habe einfach weitergespielt, habe es gar nicht ernst genommen. Ich laufe natürlich jetzt einfach los. Und die Idee an der Variante war eben, dass ich jetzt direkt hinter meinen Bauern schon stehe. Hier hatte ich mir überlegt, auf den Bauern loszugehen. Und wenn er jetzt den wegnimmt, dann wäre es sogar ein Matt. Denn ich kann mit dem schlagen und kann Matt setzen. Das Problem, das ich gesehen hatte, war, dass er mit dem Turm dahinter geht. Jetzt kann ich zwar den Bauern gewinnen mit Schach, jetzt wird es aber kein Matt, weil der Turm noch hier oben steht. Und jetzt verliere ich den, ja, den Bauern verliere ich gar nicht. Weil kann vorgehen. Also das ist auch gewonnen. Aber ich dachte, warum soll ich ihm irgendwie Hoffnung geben? Schiebe ich doch den Bauern einfach vor. Ich habe noch vergessen, in dieser Stellung hat er mir auch Remis angeboten. Also das war dann hier schon das zweite Remis-Angebot. Also beim ersten war es noch, naja, war es auch schon nicht berechtigt. Aber hier war es natürlich noch unberechtigter. Hier dachte ich jetzt, er will vielleicht in die Mitte rennen, aber hier hätte ich jetzt einfach, wie gewinnt man das? Hier kann man einfach das Schach geben. Jetzt verliert man zwar den Turm, aber gewinnt eine Dame. Hier kann Schwarz noch versuchen, irgendwie eine Festung aufzubauen. Mit dem König hier hinten reinlaufen und den Turm hier platzieren. Aber Weiß hat natürlich auch noch einige Bauern und das wird nicht klappen. Das glaube ich nicht. Also das sollte man schon gewinnen. Vor allen Dingen muss man aufpassen, dass man hier nicht irgendwo in einen Doppelangriff reinläuft und den Turm direkt verliert. Stattdessen ist er wieder zurückgegangen und jetzt bin ich einfach auf diesen Bauern losgegangen und hier hat er aufgegeben. Ich wollte ihn erst noch mal fragen, ob er noch mal Remis anbieten will, aber der Frank war ja ein sehr netter und da mache ich jetzt auch keinen blöden Scherz. Also erste Partie, gewonnen. Guter Start, habe mich gut gefühlt, habe eigentlich so auch fast alles berechnet. Im Nachhinein, ein Schrecken im Moment, wenn er C5 früher gespielt hätte, hätte das knifflig werden können. Aber guter Start, in den Tag. Sechste Runde und hier hatte ich jetzt den Sebastian als Gegner. Auch ein Erwachsener und zwar ein sehr starker, 1700er Spieler. Nach Elo der stärkste im Feld, also der Setzliste, die Nummer 1. 1782 glaube ich. Aber wenn man denkt, dass mein Gegner aus der Runde da voraus, der Tukrul, der Jugendliche aus der Türkei, der in München spielt, dass der ja im Grunde fast 1900er ist, nach DWZ. Trotzdem, Setzliste Nummer 1, Sebastian. und ich hatte Schwarz und vorher hatte ich den Schachkollegen getroffen, Schachkollegen, der hat ein bisschen gequatscht und da hat er mich noch mal auf das Spiel vom Abend vorher angesprochen. Er hat gesagt, warum spielst du denn so eine Aljechin-Variante, die du gar nicht richtig kennst, um die Jugendlichen zu überraschen? Spiel doch lieber was Seriöses. Ja, das hatte ich ja im Video gestern erklärt, warum ich das gemacht habe. Hauptsächlich aus geistiger Umnachtung und habe jetzt hier gedacht, okay, er fängt an. Erstmal kam er 5 Minuten zu spät, ich habe die Uhr gestartet, also es ist Rundenstart. Ich habe dann noch 2 Minuten gewartet, aber da habe ich gestartet. Und wenn er dann in 30 Minuten nicht kommt, habe ich gewonnen. Er kam aber nach 5 Minuten und und hier jetzt wieder der Punkt, also hier wurde es auch wirklich abends wieder ein bisschen stickig und so in der Halle und dann habe ich wirklich viel getrunken, so ein bisschen Wasser mit Elektrolyte, hatte meine Müsli-Riegel und habe mich so ein bisschen an den Zügen orientiert oder nach Zeit und bin während der Partie wirklich auch 3-4 Mal rausgegangen, ein bisschen rumgegangen, habe mich da hinten hingestellt, dass er auch in Ruhe überlegen kann und er hat sehr langsam gespielt, also er hatte schon nach 7 Zügen eine halbe Stunde von der Uhr weg. Und kam am Ende auch ziemlich in Zeitnot. Also gut, was ist das Solideste, was ich spiele? Karo Kahn. Er bildet das Vollzentrum, ich greife das gleich an und er geht in die Hauptvariante. Er hat hier schon ziemlich langsam gespielt, das verstehe ich eigentlich nicht so, weil das ist jetzt ja so eine klare Variante, die sollte man schon vorbereitet haben auf dem Niveau und nicht so viel Zeit verlieren. Also gute Züge schneller spielen. Vor allen Dingen Öffnungsvorbereitung, weil die Zeit hat ihm vielleicht am Ende auch ein bisschen gefehlt. Und dann kommt wieder so Hektik auf. Ich schlage den, N nimmt den auch und die Hauptvariante wäre jetzt hier Springer F6 und den könnte er nehmen und jetzt hätte man einen Doppelbauern. Und das ist so ein bisschen in der Hauptvariante nicht so schön. Da hat man eben so ein bisschen komische Bauernstruktur. Fürs Endspiel hat man jetzt sozusagen hier drei Bauern, die eure vier aufhalten und weiß hat hier vier gegen drei eine Bauernmehrheit am Damenflügel. Aber diese Stellung gilt als ausgeglichen, weil schwarz einfach die Läufer gut ins Spiel bringen kann. Aber dieser Doppelbauer stört viele und deshalb gibt es eine Variante und da fängt man erst mal mit Springer D7 an und das ist die Karpov-Variante. Über Karpov hat man heute einiges Erschreckendes gehört. Wurde wohl irgendwie bewusstlos und verletzt vor der Duma gefunden. Also warten wir mal ab, was die nächsten Stunden und Tage dort an Informationen bringen. Was man gehört hat, klang gar nicht gut. Er ist auch nicht mehr der jüngste, glaube ich 71 inzwischen, der zwölfte Weltmeister, Anatoly Karpov. Was ist jetzt der Sinn davon? Man spielt den anderen Springer raus und wenn er jetzt schlägt, dann kann man mit dem Springer zurückschlagen und jetzt hat man die Bauernstruktur immer noch intakt. Das ist der Sinn von der Karpov-Variante und das habe ich hier gespielt. Das ist sozusagen ein bisschen so das solideste und sicherste. Natürlich auch ein bisschen passiv. Ihr seht ja, wie ich dann schon ein bisschen gedrängt stehe. Er hat den Läufer entwickelt. Ich gehe raus und jetzt kam ein überraschender Zug, Springer G5. Und das ist tatsächlich unter starken Spielern der Hauptzug, der im Amateurbereich eigentlich nie gespielt wird. Also es ist wirklich sehr erstaunlich. Er sieht so unnatürlich aus, so komisch aus. Was ist der Sinn? Na gut, dann greifen wir den mal an, dann sieht man, was der Sinn ist. Der Matt. Ein Matt ist jetzt nicht so toll. Also da muss man aufpassen. Deshalb erstmal E6. Und die eigentliche Fortsetzung für Weiß wäre jetzt hier Dame E2. Dass man hier nochmal drauf geht. Und wenn man jetzt Blödsinn macht, dann ist die Stellung auch wieder gewonnen für Weiß. Und zwar wie? Habt ihr es? Ist ein Opfer? Springer. Kommt hier rein mit der Gabel. Wenn der König wegnimmt, dann wird das sogar ein Matt. Also man sieht, wie gefährlich das werden kann. Also die Kapow-Variante gilt als sehr solide. Man muss sich aber damit beschäftigen. Weil es gibt doch schon einige Fallen hier. Ich bin nicht selber auch drauf reingefallen. Aber das ist eben Erfahrung, die man sammelt dann. Welche Züge spielen die Menschen wirklich? Kommt mir nicht drauf an, was irgendwo in einem Buch steht, sondern was die Leute am Brett spielen. Und da ist dieser Zug G5, so ein richtiger Test für Schwarz. Aber da ich ihn kannte, hatte ich jetzt auch keine Probleme, es abzuwehren. Es droht hier aber immer trotzdem Figurenopfer. Also hier blockiert er jetzt, hat der Springer E2 gespielt anstatt Dame E2. Und das blockiert jetzt die Dame hier. Und deswegen greife ich jetzt den Springer an. Und jetzt sage ich, okay, das ist jetzt deine letzte Chance zu opfern. Tu es oder nicht. Und wenn er es getan hätte, hätte ich wahrscheinlich gefragt, ist das hier, ist das hier Lichest oder was? Also online würde man sowas im Blitz wahrscheinlich machen. Aber am Brett mit viel Bedenkzeit ist das ziemlich unseriös. Es sieht gefährlich aus. Vor allen Dingen mit der Dame und dem König hier. Richtig heikel, aber man kann diesen Springer wegnehmen und jetzt blockieren. Und das hält alles. Klar, Weiß hat hier auch Bauern gewonnen. Aber eine Figur hat dafür gegeben. Und das ist eben, das klappt nicht. Also sind sogar zwei Bauern. 7, 5. Also zwei Bauern für eine Figur. Online im Blitzen, Lichest, alles okay. Aber am Brett in einer klassischen Partie ganz schwierig. Wenn der Gegner Zeit hat, die besten Züge zu finden, dann wird das nicht klappen. Aber ich habe das immer, weil er so langsam gespielt hat, habe ich das schon immer irgendwie, will er tatsächlich opfern? Er ist dann zurückgegangen. Und jetzt ist es für mich Ausgleich. Ich stehe vielleicht sogar leicht besser. Also das war jetzt ein Öffnungserfolg. Also dieses, das war wirklich ein Eingeständnis von ihm. Okay, hat nicht geklappt und jetzt bin ich zufrieden. Kau Kahn hat Stand gehalten. Er möchte hier abtauschen. Ich tausche den eigentlich ein bisschen ungerne ab, weil das ist ja mein guter Läufer. Der kommt nicht raus. Deswegen decke ich den wenigstens. Wenn er schlägt, habe ich jetzt zumindest die Dame ein bisschen im Spiel. Hochade, Hochade. Und das ist jetzt alles sehr, sehr sicher. Ich greife mal den Läufer an. Warum? Damit ich meinen eigenen Läufer mal entwickeln kann. Hier auf der Diagonalen. Er möchte vielleicht hier sogar ein bisschen verdoppeln und hier irgendwie was drohen. Das ist so die Idee von Weiß. Und ich komme mit C5 und das ist ein guter Zug. Und hier hatte ich jetzt eine Idee. Ich schlage den Läufer raus. Also gebe sozusagen alle Läufer weg. Und die Idee war, jetzt kann ich hier schlagen und wenn er zurückschlägt, habe ich sauberen Bauern gewonnen. Da dachte ich auch, das wäre toll. Bloß als ich ein bisschen näher darüber nachgedacht habe, ist das jetzt nicht so toll. Also hier gewinne ich jetzt kein Bauern, weil meine Dame in der Fesselung steht. Also das funktioniert leider so nicht. Und das ist dann, ja, hätte man es vorher besser durchrechnen müssen. Also ich war trotzdem jetzt nicht unzufrieden, weil ich habe jetzt schon hier am Darmflügel ordentlich Raum gewonnen mit meinen Bauern. Schubt seinen Läufer ein bisschen durch die Gegend und sollte jetzt hier diese Bauernstruktur am Darmflügel auflösen und angreifen. Warum sehen wir gleich. Stattdessen kam ich hier auf die Idee, wenn ich hier abtausche, dann bleibt einfach nur ein Endspiel übrig. So ein typisch Karo Kahn, so spielen Karo Kahn-Spieler. Bisschen tauschen und dann mal sehen, ob man das Endspiel gewinnen kann. Das ist auch okay alles gewesen. Mein äh, blockiert das. Also wenn der Läufer dazwischen geht, wäre ich froh, weil den tausche ich einfach weg. Wenn er tauscht, wäre ich auch froh. Da hätte ich mir noch überlegt, na gut, ich hätte mit dem Springer geschlagen, das war die Idee. Und als nächstes dann hier weiter vor oder vielleicht sogar erst hier vor und dann da weiter. Er sagt, er ist aber blockiert mit dem Springer. Das hatte ich auch berechnet, dass er das wahrscheinlich macht. Also das hatte ich richtig vorher gesehen und hatte hier jetzt schon eine Idee, was ich fortsetze, was ein bisschen kreativ aussieht. Dame H6, äh Dame H5, wieder den Darmtausch forcieren. Ihm sozusagen die gefährlichste Angreiferin wegzunehmen. Er hat ja diesen Läufer auf meinen Königsflügel, er hat hier noch einen Springer. So ein Turm kann auch rüberkommen und deshalb ihm die wichtigste Angriffsfigur wegzutauschen. Caro kann spiel, also ein bisschen langweiler, übervorsichtig. Das sieht jetzt gefährlich aus, weil er hat ihn weggenommen mit Schach und jetzt ist ja die Dame angegriffen, aber ich schlage zurück und die Dame ist immer noch gedeckt. Und jetzt kommt eben, was mein Denkfehler war, deshalb war Dame H5 nicht so gut und das war das, was ich in dieser Partie übersehen hatte. Das hatte ich übersehen. Und genau deshalb hätte man hier eben jetzt B4 spielen sollen. Jetzt versteht man, das ist auch das Schwierige bei Computeranalyse. Computeranalyse sagte hier B4, aber Stockfish sagte nicht warum. Hier versteht man jetzt, warum B4 besser gewesen wäre. weil ich hier jetzt leider sauber einen Bauern verliere. Nun gut, die Damen sind weg, es ist ein Endspiel. Ist eben so, was soll man machen? Jetzt spiele ich eben auf Remi. Ich habe vorher auch nicht wahnsinnig aggressiv auf Gewinn gespielt oder ambitioniert auf Gewinn gespielt. Jetzt muss ich auf Remi spielen und retten. Weil hier kann er natürlich vielleicht auch den Bauern auch noch gewinnen und das wäre natürlich zu viel. Deshalb greife ich den Turm jetzt an und dahinter auch gleich den Bauern mit dem Angriff auf den Läufer und gleichzeitig hier vielleicht einen Angriff. Und zwinge ihn nicht, aber mit Nachdruck bringe ich ihn dazu hier zu tauschen. Und jetzt hat man weniger und tauscht noch was. Was soll das? Ich muss einfach seine aktive Figur wegbekommen und ich muss ein bisschen Gegenspiel bekommen. Deshalb weggetauscht und jetzt habe ich Aktivität. Jetzt greife ich hier einen Bauern an und dieser Bauer ist gut, um den zu blockieren am Vorrücken. Deshalb deckt er den und wie setzt man jetzt weiter fort? Wie spielt man hier auf Remi? Ein Trumpf, den ich habe, ist der Springer. Der Springer ist trickreich, der kann rumhüpfen, der kann auf Felder hüpfen, auf die der Läufer nicht kann. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass seine Bauernmehrheit nicht zum Laufen kommt. Deshalb komme ich mit B5 vor und wenn er jetzt irgendwie ein bisschen Blödsinn macht, also sagen wir mal H3 spielt, dann hatte ich die Idee, ich gehe weiter vor und jetzt blockiere ich hier alles und er kann den nicht nehmen. Warum nicht? Taktik. Seht ihr es? Macht einfach mal Pause. Ich habe wieder zehn Züge, ich muss was trinken. Nie zu alt, um was dazu zu lernen. Warum geht das nicht? Schach und die Gabel und schwarz steht plötzlich auf Gewinn. Und da seht ihr, wie wichtig dieser Springer für mich ist. Also der Springer kann mir noch den Sieg bringen. Der ist also sehr wertvoll. Zum einen muss ich seine Bauern blockieren und schädlich machen. Zum anderen habe ich diesen Springer, der noch Tricks machen kann. hier vertreibt er mich und wenn er jetzt irgendwie wieder Blödsinn macht, dann würde auch dieser Trick wieder funktionieren. Also ihr seht, dieser Springer ist überall gefährlich und der Ansicht war Sebastian auch. Hat er mir auch hinterher gesagt, dass er auch diesen Springer den als meinen Trumpf angesehen hat und er sagte, das könnte ich ja gar nicht zulassen. Er sagte allerdings auch, dass ihm Endspiele, ja, dass er ein Endspiel nicht so gut ist. Dass ihm da ein bisschen das Verständnis fehlt, was erstaunlich ist, weil er so ein starker Spieler ist, aber er ist eben so mehr Taktiker. Es gibt ja verschiedene. Es gibt so mehr Strategen, Endspiele, aber im Endspiel werden eben viele Punkte liegen gelassen und ich hatte hier einen Bauern weniger und ich lasse ihn einfach stehen, weil ich kümmere mich nur darum, seine Bauernmehrheit zu entwerten und er sagt, ah super, dann kann ich dir ja den schönen Springer wegtauschen, aber jetzt haben meine drei Bauern seine vier festgelegt. Mit Unterstützung des Turmes kann er jetzt nichts machen, weil er diese Schwäche hat. Ich habe diese Schwäche festzementiert und hier hatte ich das Remisicher und da war ich froh. Das war ja schon ein Fehler, wie ich da den Bauern eingestellt habe und das habe ich hier sagen wir mal durch geschickte Endspieltechnik wieder wettgemacht und das ist eben der Vorteil und so verliert eben der Sebastian hier aus einer besseren Stellung vielleicht ein Punkt, jetzt er bloß ein Remis. Aber die Partie ist ja noch nicht zu Ende und er wollte es jetzt mit Brechstange sagen wir mal zum Remis durchdrücken und ist jetzt trotzdem hier mit dem Vorstoß gekommen. Ich nehme den er nimmt zurück und was er vielleicht gedacht hat ist, dass ich den so nehme und das ist jetzt Remis. Den Bauern kann ich nicht durchdrücken, sein König ist schnell genug hier drüben, die Bauern hier drüben blockieren sich gegenseitig, er hat ja hier noch einen, den kann er auch vorschieben, dann läuft der vielleicht, also das ist Remis. Da kann man nichts machen, aber ich muss ja nicht mit den Bauern schlagen, kann auch mit dem Turm schlagen und jetzt kann er nicht schlagen weil der ich schlage zurück und der König ist zu weit weg. Er greift also den Bauern an, aber ich deck den Bauern und wenn ihr mal zählt, ich habe meinen Bauern zurückgewonnen und ich habe den nicht nur zurückgewonnen, ich habe jetzt auch noch einen Bauern mehr und da bin ich natürlich jetzt hellhörig geworden, weil er spielte jetzt schon auf den letzten Minuten seiner Zeit rum, ich hatte noch eine Stunde, obwohl ich noch spazieren war und sonst was und wirklich schon ruhig gespielt habe und habe mir dann auch wirklich jeden Zug hier Zeit genommen um einen guten Zug zu finden, um nicht wieder irgendwie so panisch zu agieren, nur weil der andere hektisch ist. Also ich habe schon gemerkt, wie mich das angegangen hat, als er dann so die Uhr gehauen hat, das hat mich schon wieder ein bisschen konfus gemacht, aber ich bin diesmal da ruhiger geblieben und immer was getrunken und die Müsli Riegel gefuttert. Ähm er blockiert den Bauern damit er nicht schon auf der zweiten Reihe ist. Ist auch okay. Ich gehe rüber, denn wenn er hierhin geht, kann ich da Schach geben. Das war immer so eine Idee und er geht nach vorne. Da war ich aufgeregt. Da war ich dann aufgeregt und gedacht, Moment mal ist das nicht direkt gewonnen. Schach Schach Nee es ist nicht gewonnen, der König zu weiterspielen. Also der Turm alleine schafft es nicht. Was muss man machen im Endspiel? König muss helfen. Ganz klar, der König rennt rein. Ich habe ja Zeit. Der steht hier, der steht hier, die bewegen sich auch nicht. Ich habe Zeit. Ich muss das jetzt nicht in 5 Zügen gewinnen. Ich habe noch genug zu trinken. Also laufe ich mit dem König los in nicht tauschen und bin ich mit meinem König schnell genug dass ich den gewinnen aber das bin ich hier noch nicht also laufe ich weiter. Jetzt greift der Turm an gehe ich rüber. Jetzt drohe ich hier den Turm zu gewinnen und vielleicht bin ich dann schnell genug also geht er wieder weg. Ich laufe weiter. Er sperrt meinen König aus. Das ist auch ein wichtiges Motiv andere Züge ich kann auch dafür sorgen dass der Turm hier nicht weiter reinkommt. Immer erstmal schauen was er droht er möchte hier einen Schach geben also verhindern wir das. blockiert er mit dem König den Bauern das ist gut gemacht damit der Turm sich eben bewegen kann. Ich komme weiter vor und jetzt hat er so ein bisschen unter Zeitdruck oder Hektik oder wie auch gewinnt um den Bauern zu gewinnen bloß der Bauer ist überhaupt nicht das Problem das Problem ist der Bauer und dass ich jetzt nahe genug dran bin hier kann ich also einfach tauschen ranrücken und hier hat er aufgegeben nach dem tollen ersten Tag und dem etwas ernüchternden zweiten Tag wieder ein toller Tag Tag 3 2 Spiele 2 Siege 1 mit weiß 1 mit Schwarz Es gab in beiden Partien kleine Ungereimtheiten ein paar Unsauberkeiten also ich habe in der ersten Partie eben diesen C5 übersehen dass der gut gewesen wäre ich habe hier den Bauern eingestellt aber ich habe hier gut verteidigt habe das Remis mir hier in dieser Partie wieder gesichert und dass er dann Blödsinn macht im Endspiel ist ja nicht mein Fehler also aber das nutze ich natürlich gerne aus und nehme den Sieg gerne mit Wenn wir auf die Tabelle schauen das ist die Tabelle bin ich jetzt auf Platz 6 mit 4 Punkten 4 Siege 1 Remis 1 Niederlage Chancen am letzten Spieltag morgen auf Sieg oder so habe ich hier keine also die werden ja auch alle Punkte machen das heißt die überhole ich nicht aber ich habe meine Turnierziele ja im Blick morgen spiele ich übrigens gegen den Ivan Shugunov auch ein Jugendlicher ich glaube 13 oder so auch sehr stark 17 76 also TWZ wie ich was waren meine Ziele der erste Ziel ich möchte endlich eine eigene ELO Zahl haben dafür habe ich genug Spiele genug Siege die werde ich bekommen zweites Ziel eine ausgeglichene Bilanz ich bin aktuell plus 3 drittes Ziel eine positive Bilanz ich bin plus 3 wenn ich morgen verliere bin ich immer noch plus 2 und viertes Ziel hatte ich eigentlich gar nicht formuliert aber vielleicht ein paar DZ Punkte gewinnen wir auch ganz schön ich werde versuchen morgen den Tag zu genießen es ist nur ein Spiel morgens wenn dann alle zu Ende sind gibt die Siegerehrung ob ich mir die noch antue weiß ich nicht oder ob ich dann lieber nach Hause fahre und das Video für ich drehe aber die Partie werde ich natürlich machen theoretisch könnte ich die Partie auch aussetzen man kann eine Runde aussetzen und bekommt dann einen halben Punkt dafür aber warum ich will ja spielen also ich will ja die Erfahrung sammeln Fazit ich mich gesorgt auch wenn es komisch aussieht habe ich viel besser für mich gesorgt habe die Partien besser gespielt ich habe davor eben viel zu schnell gespielt und habe dann immer so auf die Uhr geguckt diesmal habe ich wirklich mir die Zeit genommen also ich bin die ganzen ersten Züge mit dem Frank auf der Uhr immer gleich gewesen bis er so ein bisschen in Nachteil kam die zweite Partie jetzt gegen den Sebastian da war der Sebastian insgesamt viel zu langsam also ich habe da auch jetzt nicht geblitzt oder so aber er war einfach deutlich langsamer und die Zeit nutze ich ja einfach während er überlegt das nutze ich überlegt mir meine Züge auch also deshalb habe ich da auch nicht zu schnell gespielt sondern habe mich schon daran gehalten was ich und dann sehen wir uns einfach morgen oder zurück im schönen Deizisau bis dann tschüss tschüss